So, CRISPR neu, du wirst nicht mehr lange hier sein. Du, einmal so. Und einmal so. Und einmal am Pin versuchen. Mal gucken. Eins. Zwei. Ah, leider nein. So, hier gegen die Scheiben. Jetzt das sollte aber reichen. So, hier, da wird gepinnt. So, jetzt kommt unser Pin. Eins. Zwei. Drei. Okay, CRISPR neu ist raus. Seht ihr, das geht ziemlich einfach hier. So, hier, komm her. So, hier, du kriegst auch ein Suplex von uns. Und dir wird das gleiche geschehen. Das gleiche Unheil. So, hier einmal. Gedöns. Bumm. Gedöns. Bumm. Und Pin. Und das ist die Eins. Das ist die Zwei. Und das ist die Drei. So, hier. Oh. Na, toller Finisher. Er wollte die Zwischenmusik kopieren, sonst. Er hat ja sonst gar keinen... Oh ja. Hm. Er hat ja sonst gar keinen Finisher. Äh. Den man am Boden machen kann. Ja, sobald ich liege, ist alles... So lange ich liege, ist alles in Ordnung. Ja, komm her. Schau mal, jetzt kann ich eben auch noch pinnen. So, jetzt... Jetzt pinnen einfach. Genau. Ist doch ganz einfach. Und dann machen wir kurz Kane fertig. Okay. Das wird ein schönes Match. Das wird ein sehr, sehr schönes Match. Beziehungsweise Match ist eigentlich schon vorbei. Und ist für uns entschieden. So, Ninja. So, was wir jetzt mal machen. Wir gehen jetzt mal hier aufs oberste Seil. Und springen einfach mal. Gedöns! War ne Hits. Aber egal. Wir können einfach mal gleich unseren... Ja. Hier. So. Top, ne? Wir machen gleich den Kiss the Ground. Ich habe zwei Nachrichten bei Skype. Gar nicht cool. Einen Moment. Mal gucken, wer das ist. Okay. Vincent. Du bist damit gegrüßt. Der guckt ja auch manchmal die LPs hier. So. Er sagt, YouTube packt schon wieder rum. Kann sein. Passiert er auf das. Tschüss. Äh. Hm. Äh, äh. Okay, solange es nur der Scoop-Slam hier ist. So, was macht er jetzt? Oh, nö. Headlock. Oder headstretch oder bodystretch oder neckstretch oder whatever you want to call it. So, hier. Einmal da fressen. Einmal da fressen. Einmal taunten. So. Nein. Ach, nö. Ach, nö. 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 Okay. Go and kiss the ground. Go and kiss the crowd. Huh? Huh? Eins, zwei und drei. Ding, ding, ding. And the winner is... And still world heavyweight champion Angelo Rindedin. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, macht das Spaß. gehört und keine kann was anderes unterstellen so wie der money kriegt finde ich gut aber nur speichern ist der programm ich werde es das ist das match das match noch machen und dann höre ich jetzt mal wieder auf aber gucken was hier ist vielleicht auch nicht aber ich habe jetzt erst mal nicht mehr so bedürfnis danach zu spielen ich hoffe du fühlst dich auf zu defendern weil ich dir eine große Titel-Defendung du machst mich in ein Titel-Match? Eric, ich kam einfach aus einem großen Pay-Per-View-Match Hey, wenn du diese Beldung weißt, dann wirst du sie defendern, wann und wo ich sie sagen würde Dein Match ist nächstes und übrigens, es ist Mr. Bischoff zu dir Oh, was ist denn mit ihm? Wie hat er denn gelitten? Kane? Oh, was? Ich habe auch nicht gehört Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Wer? Wer? Jocken Hold on a second, there is no way he is going to be an objective referee after our last match Ich versuche, ich kenne den Match direkt in der Mitte Schau, es ist kein Zeitpunkt darüber zu sprechen Beide von euch, seid bereit für den Match, ihr seid nächstes Die zwei Männer haben sich näher zu töten, um den Tag zu töten, um den Tag zu töten Und jetzt ist eine von ihnen zu töten, um den Titel-Match zu töten Ich hoffe, dass ich nicht so gut von diesem Na, war der tolles Match Aber wenns wieder um, äh, den Gödel geht Gegen Christian Okay Oh, Disqualifikation ist auch gut Dann werden wir's ja wohl Ey, hoffentlich hinkriegen Tschüss Ansonst machen wir einfach Aufgabe Und wenn's gut ist, dann kann er auch nix machen Genau, dann machen wir einfach Tschüss, uah, nix tschüss Da an dem Match heißt ja noch sein, äh, Finisher Unprettier Ich glaube, mittlerweile heißt das Killswitch Oh man, ey Er hat ihn undauern zu könnten Könntet Konnten müssen So Tschüss Nix da Boah, wieviel das bringt eh Einmal draufhauen Bam Einmal Nein Nein Du kriegst erstmal hier einen Facebuster Oh ja, haut er auch nicht Man könnte auch einfach mit dem Titel rumhauen, geht er auch Ist ja eigentlich viel besser Hebe mich hoch, hebe mich hoch, genau Oh ja, das sieht Das sieht Das sieht Und Ey Mom Was soll denn das machen? Ey 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 Ich bin bei dir Die Der Seil Die Ich bin nicht Der Der Titel. Ja. Mhm. Das ist der Kanner durch. So, jetzt kann er einmal auf uns raufhauen und dann ist er... Hammer weg erstmal. So, hier, komm, hebe uns hoch, hebe uns hoch. Ja, town to town to town to town. Erstmal aufstehen hier. So, ich jedenfalls. Fail. So. Oh. Nee, Sunset Flip hier nicht. Oh, scheiße. Da haben wir gleich einen Scheiß gemacht. So, hier. Mach mal ein Suplex und dann... Oh, nee, kommt der, ne? Na, Mensch. Me, ey. Ist doch schlimm. Der macht ja doch noch mal... Sein I'm pretty, ja? So, hier. Jetzt aber. Dankeschön. So. Jo, jo, jo. So, bam. Einmal aufstehen, wollte ich sagen. Ja. Ich hab zwei Finisher. Können auch sein Finisher klauen. Das können wir mal probieren. Erstmal muss er aber bluten. Ey, komm, komm her. Pst. Ja. Als wenn er damit ordentlich umgehen könnte. Tschüss. Na, ey. Ja. Sagst du, er hat so einen Russian DDT von der Ringecke? Nein. Haha. So, ein prettyer. Von ihm. Kill Switch. Damn. Und einmal ein Headlock. Oh, man. Christian Condit. Scheiß. So, unsere Chance. So, erstmal hier den... ...Share Shot oder so heißt der Move. So, jetzt unsere Chance. Komm. Gib auf. Und er hat aufgegeben. Und wir sind still World Heavyweight Champion. Nice. Ja, mal gucken, was noch passiert jetzt. Wenn jetzt nichts aufregendes mehr, also nichts so aufregendes mehr passiert, dann mach ich jetzt einfach Schluss wieder. Hab ich zwei Sessions, dann einen Tag. Haha, nice. Okay. Oh. Oh. Halt es. Halt es alles. Du hast fast weggekommen, Herr Referee. Du hast fast in die Position, um den Mann zu verabschieden, der dich vorhin hat, der dich gerade vorhin hat. Ja. Aber ich sah nur eine Sicherheitsbüche. Okay. Okay. So, regardless of the way this match has turned out, I have no choice but to render this referee wannabe's decision null and void. His decision does not count, and the match must go on. So, if we still need a legitimate referee, I guess I'll just have to do it myself. Okay. Now hold on. This match is over. Was? Oh, no. Toll. Ich weiß ganz genau, was passiert. Genau. Schoolboy Pimp. One, two, three. Bye, bye. Good lord. The decision's been reversed. Mmh. Is the match over now, or is he gonna restart it again? I mean, it's just over again, but I think the Conqueror Seat is just beginning. Na toll. Na gut. Na gut. Wie es weitergehen wird, das werde ich ja dann erst später sehen. Äh, das hat Eric mal wieder super toll gemacht. Na gut. Bis dahin. Sehen uns in der nächsten Session. Äh, kurz sprechen lassen. Und. Tschüss.